Musik Oft werde ich gefragt, wie ich Schaltprogramme für die Logo-Steuerung von Siemens herstelle. Das mache ich natürlich mit der Software Logo Soft Comfort von Siemens. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich in dieser Videoserie. Diese Videoserie richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittenen. Ich gehe davon aus, dass keinerlei Vorkenntnisse im Umgang mit der Software Logo Soft Comfort und der eigentlichen Programmierung vorhanden sind. Folgende Themen und weitere werde ich im Laufe der Videoserie zeigen. Ich beginne mit der Beschreibung der Benutzeroberfläche der Software Logo Soft Comfort, zurzeit in der Version 8.2. Hierbei werde ich einige wichtige Menüpunkte beschreiben. Denn viele Menüpunkte sind recht unspektakulär oder sie sind selbsterklärend. Danach gehe ich in einem Softwareprojekt durch die Offline- und Online-Einstellungen des Schaltprogramms und der Logo-Hardware. Was bewirken eigentlich die vielen Programmblöcke? In diesem Beitrag werde ich anhand einiger Blöcke zeigen, wofür sie benötigt werden. Die genaue Funktionsweise sollte allerdings dem Handbuch oder der Hilfe entnommen werden. Hier ist leider Pauken angesagt. Lernen Sie Inhalte aber bitte nicht einfach nur auswendig. Es ist extrem wichtig, dass Sie verstehen, wofür die Blöcke logisch eingesetzt werden. Sonst wird es nichts mit der Programmierung. Na, ist doch Logo. Am besten probieren Sie die Blöcke direkt in einer Testschaltung aus. Das macht Spaß und Sie haben sofort ein Erfolgserlebnis. Anschließend zeige ich zur Übung und über mehrere Videos verteilt einige kleine, aber sehr interessante Schaltprogramme. Diese Schaltprogramme können anschließend angepasst in größeren Schaltprogrammen verwendet werden. Wie kommt denn jetzt eigentlich die Software auf die Logo-Steuerung? Hierfür und für die nächsten Themen ist Netzwerkwissen erforderlich. Deshalb werde ich vorher noch eine kleine Exkursion in die Welt der IP-Adressen machen. Betriebszustände müssen überwacht und Schaltzustände müssen geändert werden. Das geht mithilfe eines Displays, zum Beispiel dem Logo TDE oder sehr komfortabel über die Web-Oberfläche der Logo-Steuerung. Abschließend werde ich einige Netzwerkprojekte mit mehreren Logo-Steuerungen vorstellen. Also, viel Know-how verpackt in einer umfangreichen Videoserie. Eine Liste der Videos gibt es auf meinem YouTube-Channel oder auf meiner Homepage. Ein Besuch, der sich lohnt, denn hier finden Sie viele weitere Videos und zusätzliche Informationen. Hier sieht man die Programmoberfläche der Software Logo-Soft-Comfort von Siemens in der Version 8.2. Und mithilfe dieser Software können Schaltprogramme für die verschiedensten Generationen von Logo-Steuerung hergestellt werden. Zurzeit sind die meisten Funktionen deaktiviert. Und das liegt daran, dass hier noch kein Schaltprogramm geladen bzw. hier kein neues Projekt begonnen wurde. Deshalb werde ich zuerst ein neues Projekt in Form eines Funktionsplans erstellen. Hierzu gehe ich auf Datei, auf Neu und wähle den Funktionsplan aus. Darüber hinaus gibt es noch den Kontaktplan und das UDP-Diagramm. Der Kontaktplan ähnelt eher dem Schaltplan einer elektronischen Schaltung. Das UDP-Diagramm kann man sich als selbst erstellten Programmblock mit eigenen Funktionen vorstellen. Hierbei wird mithilfe der Programmblöcke zuerst eine Schaltung aufgebaut. Diese Schaltung wird anschließend in Form eines UDP-Diagramms gekapselt gespeichert und steht von nun an, wie die anderen Blöcke, als neuer Programmblock zur Verfügung. Mit einem Passwort versehen kann das UDP-Diagramm auch anderen Programmierern zur Verfügung gestellt werden. Ich wähle jetzt den Funktionsplan aus. In allen weiteren Videos der Videoserie werde ich ausschließlich mit diesem Plan arbeiten. Nachdem ich den Funktionsplan ausgewählt habe, sind nun fast alle Funktionen aktiviert und stehen für die Erstellung eines Schaltprogramms zur Verfügung. Die Programm-Oberfläche ist, wie fast alle Fenster basierten Programme aufgebaut. Hier im oberen Bereich befindet sich die Hauptmenüleiste und direkt darunter die dazugehörige Symbolleiste. Der restliche Aufbau ist programmspezifisch. Hier oben links befindet sich eine Art Dateibrowser, auch Diagrammmodus genannt, und direkt daneben befindet sich der Projektmanager für Netzwerkprojekte. Im Diagrammmodus werden die zuletzt geladenen Schaltprogramme angezeigt und können schnell ausgewählt werden. Unter Netzwerkprojekt lassen sich mit mehreren Logosteuerungen Netzwerkprojekte verwirklichen. Hierzu werden neue Geräte hinzugefügt und über Ethernet miteinander verbunden. Anschließend werden Schaltprogramme entwickelt, die Informationen zwischen den Logosteuerungen und das Netzwerk austauschen können. Direkt darunter befinden sich die Programmblöcke mit ihren parametrierbaren Funktionen. Und genau mit diesen Blöcken werden die Schaltprogramme erstellt. In diesem und auch größten Bereich befindet sich die Programmieroberfläche und direkt darüber die dazugehörige Symbolleiste. Weitere nützliche Informationen erhält man hier unten aus der Statuszeile. Als nächstes werde ich die wichtigsten Befehle aus der Menüleiste vorstellen. Ich beginne mit dem Eintrag Datei. Wie bereits erwähnt werde ich nicht alle Einträgesmenüs zeigen, da sie entweder selbsterklärend sind oder aus anderen Anwendungen bekannt sein sollten, wie zum Beispiel Neu, Öffnen, Schließen und so weiter. Eigentlich würde ich jetzt mit dem Eintrag Einstellungen für Meldetext beginnen. Da dieser Eintrag auch unter Eigenschaften zu finden ist, gehe ich jetzt direkt auf die Eigenschaften. Das gilt im Übrigen auch für viele weitere Einträge in der Menüleiste, zum Beispiel unter Extras und Übertragen. Viele dieser Einträge befinden sich auch direkt unter Eigenschaften. Der Menüpunkt der Eigenschaften heißt hier Logo-Einstellungen und ist in Offline- und Online-Einstellungen unterteilt. Welche Einstellungen hier genau gemacht werden können, zeige ich den beiden Videos Logo Soft Comfort, die Benutzeroberfläche, einmal mit dem Titel Offline-Einstellungen und einmal mit dem Titel Online-Einstellungen. Jetzt ist nur wichtig zu wissen, dass einige dieser Offline- und Online-Einstellungen während der Programmierung immer wieder angepasst werden müssen. Auch unter Bearbeiten gibt es viele Funktionen, die bereits aus anderen Programmen bekannt sein sollten, wie zum Beispiel Rückgängig, Wiederherstellen, Löschen und so weiter. Einige Funktionen sind zur Zeit auch noch deaktiviert und deshalb werde ich zunächst ein kleines Schaltprogramm laden. Hierzu gehe ich auf Datei, auf Öffnen und wähle hier den Schaltplan 1 aus. Die Schaltung besteht aus einem Eingang, einer Ausschaltverzögerung und einem Ausgang. Wie man sieht, sind unter Bearbeiten jetzt auch die entsprechenden Funktionen alle aktiviert. Ich werde jetzt hier die Funktion Gehe zu Block, Block-Eigenschaften, Block-Eigenschaften aller Blöcke und Verbindungen auftrennen erklären. Ich beginne hier mit der Funktion Gehe zu Block. Mit Hilfe dieser Funktion kann man einen Block sofort in der Schaltung ansteuern und entsprechend markieren. Das macht natürlich jetzt bei dieser kleinen Schaltung wenig Sinn. Allerdings bei größeren Schaltungen, die auch über mehrere Seiten verteilt sind, habe ich jetzt hierüber die Möglichkeit, sofort einen Block finden zu können. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Ausgang Q1 klicke, dann wird sofort die richtige Seite angezeigt, auf der sich der Block befindet und der Block selber wird entsprechend markiert. Unter Block-Eigenschaften lässt sich jetzt zum Beispiel hier in diesem Fall der Eingang I1 parametrieren. Parameter wäre hier die Eingangsnummer, Eingang I1, also der erste Eingang ist jetzt schon mal voreingestellt. Die Eingänge I1 bis I8 befinden sich alle an der Logo-Steuerung selber und von I9 bis I24 werden entsprechende Erweiterungsmodule benötigt. Hier lassen sich entsprechende Kommentare hinterlegen und hier kann eingestellt werden, wie simuliert werden soll. Normalerweise ist der Eingang I1 als Schalter ausgelegt. Ich benötige den Eingang als Taster und zwar als Schließer. Als nächstes würde ich die Ausschaltverzögerung parametrieren. Dann gehe ich hierzu auf den Block, gehe auf Bearbeiten und auf die Block-Eigenschaften. Einfacher ist es allerdings, wenn man direkt auf dem Block einen Doppelklick macht. Dann geht mich genau dieses Fenster wieder auf. Wie man sieht, sind hier schon Parameter hinterlegt, nämlich die Ausschaltverzögerungszeit von 7 Sekunden und hier sind noch weitere Parameter gesetzt, nämlich die Remanenz und der Schutz. Ich greife hier einfach schon mal vor, die Remanenz würde einen Wert zwischenspeichern. Das heißt, wenn die Ausschaltverzögerung aktiv ist und schon auf 5 Sekunden runtergezählt hat, und jetzt würde zum Beispiel der Strom ausfallen, dann würde der Wert von 5 Sekunden gespeichert werden und beim nächsten Neustart der Steuerung würde der Wert von 5 Sekunden auf 0 herunterzählen. Wann und wo man diese Remanenz benötigt, das hängt natürlich ganz stark von der entsprechenden Programmierung ab. Der Schutz würde wiederum dafür sorgen, dass wenn man diese Schaltung jetzt auf der Logo-Steuerung eingespielt hat, dass man dann diesen Block hier nicht mehr neu parametrieren kann. Das heißt, ich kann jetzt diese Werte oder diesen Wert von 7 Sekunden hier nicht mehr verändern und der wäre also entsprechend dann auf der Logo-Steuerung geschützt. Auch hier lässt sich wieder ein Kommentar eingeben. Auch der Ausgang Q1 lässt sich parametrieren. Dazu mache ich auch hier einen Doppelklick drauf und hier kann die Ausgangsnummer ausgewählt werden. Momentan ist es der Ausgang 1. Die Ausgänge 1 bis 4 befinden sich wieder direkt an der Logo-Steuerung, können entweder als Relais-Ausführung oder als Transistorausführung vorhanden sein. Die Ausgänge Q5 bis Q20, die sind natürlich dann nur über Erweiterungsmodule erreichbar. Und auch hier lassen sich wieder Kommentare hinterlegen. Das waren die Block-Eigenschaften. Es gibt auch Block-Eigenschaften aller Blöcke. Diese Funktion nutze ich eigentlich erst kurz bevor ich die Software finalisiere. Das heißt, ich gehe durch jeden einzelnen Block, gucke mir hier die Parameter an, ob die stimmen und kann hier eventuell nochmal Änderungen durchführen. Wenn jetzt zum Beispiel der Schutz nicht aktiviert war, dann kann ich ihn an dieser Stelle zum Beispiel aktivieren. Wie gesagt, das nutze ich eigentlich hauptsächlich, bevor man diese Software dann final auf die Logo-Steuerung einspielt oder halt eben dem Kunden zur Verfügung stellt. Eine weitere wichtige Funktion ist Verbindung auftrennen. Jetzt sieht man schon, der Ausgang Q1, der steht ein bisschen weiter entfernt. Die Leitung ist etwas länger. Jetzt können sich ja hierzwischen noch weitere Programmblöcke befinden, die für die Schaltung erforderlich sind. Dann würde jetzt diese Leitung da einfach durchlaufen und die Lesbarkeit der Schaltung erschweren. Und für solche Fälle lässt sich die Leitung zum Beispiel auftrennen. Ich markiere die Verbindung, gehe auf Bearbeiten und gehe auf Verbindung auftrennen, übernehme dann die hier angezeigten Parameter mit OK und die Verbindung wird aufgetrennt. Hier sieht man dann, es entsteht so ein Pfeil und hier wird auch angezeigt, wo die Verbindung hinzeigt. Das heißt zum Block Q1, also dem Ausgang Q1 und dort an den Eingang 1. Und hier wiederum wird das Gegenstück von dem Pfeil angezeigt und auch hier wird daran geschrieben, wo es herkommt, nämlich von dem Block B001. Auch hier ist es wieder so, wenn man jetzt eine größere Schaltung hat, wird man mehrere Verbindungen aufgetrennt haben und dann ist vielleicht nicht ganz so eindeutig, dass diese beiden Verbindungen hier zueinander gehören. Dafür kann man mit einem Rechtsklick hier drauf gehen und sagen, gehe zu Partner und springt dann zu dem entsprechenden Gegenstück und kann dann erkennen, wo halt eben diese Verbindung hinführt. Möchte man die Verbindung wieder herstellen, auch da kann man einen Rechtsklick machen und die Verbindung mit diesem Befehl wieder neu verbinden und dann ist die Leitung wieder eingezeichnet. In dem Zusammenhang gibt es eine weitere Funktion, die sehr interessant ist und zwar kann ja dieser Block auf einer ganz anderen Seite stehen, über mehrere Seiten verteilt und diese Leitung ist dann noch eingezeichnet und man muss die jetzt verfolgen. Dann wird es natürlich sehr schwierig. Hier sind noch viele weitere Leitungen und die überkreuzen sich teilweise und so weiter und das zu verfolgen ist manchmal ein bisschen schwierig und dafür gibt es hier diese Markierfunktion. Das heißt, man kann einfach wie mit dem Textmarker die Leitung einfärben und jetzt ist es natürlich ganz einfach zu verfolgen. So, das waren eigentlich schon die wichtigsten Funktionen aus dem Bereich Bearbeiten. Hier gibt es noch markierte in den Vordergrund und Hintergrundstellen. Das heißt, die Blöcke könnten ja nicht wie hier nebeneinander stehen, sondern auch übereinander. Allerdings sollte man aufgrund einer übersichtlichen Programmierung darauf achten, dass die Blöcke niemals übereinander stehen, sondern eher wie hier immer nebeneinander. Weil nur so kann ich den Signalfluss genau verfolgen und erkennen, was diese Schaltung bewirken soll. Hier unter Format lässt sich die Schriftart global einstellen. Zurzeit ist die Schriftart auf Areal eingestellt und die Schriftgröße auf 14 Punkt. Das belasse ich jetzt auch so. Als nächstes möchte ich hier eine Überschrift einfügen. Hierzu gehe ich auf dieses Icon, um Kommentare einfügen zu können. Und danach klicke ich hier einfach in den Arbeitsbereich, um ein Textfenster zu erhalten. Und hier gebe ich die Überschrift ein, zum Beispiel Testschaltung. Wenn ich den Text eingegeben habe, gehe ich wieder auf das Selektionswerkzeug und der Text wird dann hier an dieser Stelle erstellt. Der ist natürlich jetzt für eine Überschrift etwas klein, deshalb mache ich hier einen Doppelklick drauf und kann die Schrift verändern. In diesem Fall möchte ich sie auf 36 Punkt stellen, die soll fett sein und rot. Mit OK werden die Angaben übernommen und dann erhalte ich dann entsprechend eine schöne Überschrift. Die kann ich dann hier anfassen und an entsprechender Stelle positionieren. Das Kommentarwerkzeug oder auch Textwerkzeug lässt sich auch gut für Kommentare verwenden. Zum Beispiel dieser Eingang I1, das ist ja ein Taster. Und eigentlich ist es ein Serientaster. Und um das kenntlich zu machen, schreibe ich hier noch den Text Serientaster dran. Das mache ich, indem ich das Werkzeug auswähle, hier in die Arbeitsfläche klicke und Serientaster entschreibe. Auch hier gehe ich danach wieder auf das Selektionswerkzeug und der Text wird dann hier entsprechend erstellt. Jetzt gehören allerdings der Text und der Block zusammen. Das heißt, wenn ich jetzt den Block verschiebe, dann bleibt der Text trotz alledem noch an der gleichen Stelle stehen. Deshalb muss ich die beiden miteinander verbinden. Das geht, indem ich den Text markiere. Dann bekomme ich hier in der Mitte so einen gelben Punkt. Und wenn ich hier auf diesen gelben Punkt draufklicke und die Maus festhalte, dann bekomme ich hier so ein Band. Und wenn ich mit diesem Band auf den Block draufgehe, dann wird die Umrandung von dem Block oder wechselt die Umrandung von dem Block von schwarz auf grün. Daran sehe ich, dass ich jetzt auf dem Block drauf bin. Und wenn ich die Maus jetzt loslasse, dann sind die beiden miteinander verknüpft. Das heißt, wenn ich den Block jetzt verschiebe, verschiebe ich auch gleichzeitig den Text. Der Text steht jetzt allerdings relativ weit von dem Block entfernt. Deshalb kann ich den auch näher heranschieben. Das heißt, ich markiere den Text und positioniere ihn da, wo ich ihn haben will. Und wenn ich jetzt den Block verschiebe, dann verschiebe ich den Block und den Text und die Formatierung bleibt jetzt so erhalten. Außerdem lässt sich über Format das Gitter einstellen. Das Gitter, das sind hier diese kleinen Pünktchen und die Blöcke, die werden an diesem Gitter hier ausgerichtet. Und diese Einstellung sollte man eigentlich auch beibehalten, weil man soweit eben hervorragend gut strukturierte Schallpläne zeichnen kann. Also hier muss man eigentlich normalerweise keine Änderungen durchführen. Wenn Blöcke mal verschoben sein sollten, kann man die dann auch hier markieren und auch über Format dann am Gitter entsprechend ausrichten. Hier unter Ansicht kann ausgewählt werden, welche Softwarefunktionen hier auf der Arbeitsoberfläche sichtbar sein sollen. In der Regel werden hier keine Änderungen vorgenommen. Lediglich der Eintrag Info-Fenster ist sehr interessant und sollte bei Bedarf aufgerufen werden. Denn in diesem Fenster werden zum Beispiel nützliche Informationen zur Hard- und Software angezeigt. Das hier ist allerdings die reine Fenstersteuerung. Das heißt, ich kann hier das Fenster sichtbar machen. Das wird dann hier im unteren Bereich angezeigt und wieder vom Monitor entfernen. Informationen erhält man zum Beispiel über Extras und hier über Logo bestimmen. Dann werden hier im unteren Bereich die Informationen angezeigt, auf welcher Logo-Steuerung die hier oben programmierte Software lauffähig ist. Wie man sieht, geht das hier los bei der 0-BA4-Standard und geht bis zur 0-BA8-FS4. Und hier sieht man, wie wichtig es ist, den richtigen Hardware-Typ unter den Offline-Einstellungen unter Datei und Eigenschaften auszuwählen. Wie man das genau macht, das zeige ich dann in dem Video Logo Soft Comfort, die Benutzeroberfläche, mit dem Titel Offline-Einstellungen. So, ich bin jetzt auch schon bei den Extras angekommen und gehe hier als nächstes auf den Eintrag übertragen. Interessant sind die ersten vier Einträge. Hier lässt sich zum Beispiel diese Software vom PC zur Logo-Steuerung übertragen oder halt eben von der Logo-Steuerung zum PC. Dann lässt sich die Logo-Steuerung starten und anhalten. Das heißt, die Software wird auf der Logo-Steuerung startet oder hiermit angehalten. Die restlichen Menü-Einträge sind unter Datei und Eigenschaften zu finden. Welche Einstellungen hier gemacht werden können, zeige ich in den Videos Logo Soft Comfort, die Benutzeroberfläche, einmal mit dem Titel Offline-Einstellungen und einmal mit dem Titel Online-Einstellungen. Lediglich die Einträge EA-Zustand und TDE-Gerätekonfiguration sind neu. Ich beginne jetzt mit der Funktion EA-Zustand. Hierzu muss ich mich zunächst mit der Logo-Steuerung verbinden. Das wäre dann die IP-Adresse 192.168.64.22 und danach werde ich nach einem Passwort gefragt. In den Werkseinstellungen ist das Passwort oder lautet das Passwort Logo. Dabei werden alle Buchstaben großgeschrieben. Nachdem die Verbindung jetzt aufgebaut wurde, werden dann hier die entsprechenden Eingänge und Ausgänge angezeigt, die abgefragt werden. Hier kann ausgewählt werden, welche Funktion überhaupt abgefragt werden und hier kann ein Zeitintervall eingestellt werden, wie oft hier abgefragt werden soll und diese Liste entsprechend aktualisiert werden soll. Diese Funktion ist zum Beispiel für Diagnosezwecke ganz hervorragend geeignet. Dann gehe ich als nächstes auf Übertragen, also Extras übertragen und wähle hier die TDE-Gerätekonfiguration aus. Wenn man jetzt die Netzwerfverbindung zum optional erhältlichen Logo-TDE-Display aufbauen würde, kann das Display über diese Funktion konfiguriert werden. Ich nutze diese Funktion allerdings nicht, da sich diese Arbeiten sehr effizient direkt am Display durchführen lassen. Die Funktion Logo bestimmen habe ich schon erklärt. Die Geräteauswahl lässt sich über Datei und Eigenschaften auswählen und wird auch entsprechend in einem anderen Video erklärt. Und hierüber lassen sich zwei Schaltungen vergleichen. Das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das hier ist ja die Test-Schaltung, die wir hier gerade erstellt haben oder die ich geladen habe. Und diese Schaltung ist komplett leer. Wenn ich jetzt die beiden Schaltungen miteinander vergleiche, ich starte das mal, dann wird lediglich darauf hingewiesen, dass dieser Ausgang Q1 im Schaltplan 1 fehlt. Tatsächlich fehlen aber noch zwei weitere Blöcke, nämlich hier der Eingang I1 und der Block B001, diese Ausschaltverzögerung. Also wie gesagt, ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Simulation. Entweder über Extras und Simulation zu erreichen oder mit der Taste F3 oder hier in der Symbolleiste mit diesem Symbol. Wenn ich hier draufklicke, dann sieht man auch schon, dass sich die Schaltung verändert und dass hier unten weitere Informationen angezeigt werden. Wenn ich das nochmal deaktiviere, dann sind ja hier die Blöcke schwarz umrandet und auch die Linien sind schwarz angezeichnet. Und sobald die Simulation starte, werden die Blöcke blau umrandet gezeichnet und auch die Linien sind jetzt blau dargestellt. Der Eingang I1 wird hier mit so einem Block angezeigt und der Ausgang Q1 mit so einer Glühbirne. Ich jetzt hier auf diesen Block klicke, dann sieht man, dass ja ein Stromfluss da ist. Deshalb werden die Leitungen jetzt rot dargestellt und das Signal geht von hier aus dann rüber zu der Ausschaltverzögerung und von hier aus dann zum Ausgang Q1. Und hier wird dann entweder an der Logo-Steuerung das Relais oder der Transistor geschaltet. Wenn ich die Maus jetzt loslasse, bis man sie im Maustaste, dann nimmt hier die Ausschaltverzögerung ihrer Arbeit auf. Das heißt, die zählt dann von sieben Sekunden herunter auf null Sekunden und schaltet dann entsprechend hier den Ausgang Q1 verzögert um sieben Sekunden aus. Das ist eine sehr wichtige Funktion. Also hiermit kann man dann prüfen, ob die Schaltung wirklich funktionstüchtig ist. Ich gehe meistens zweiglasig her und baue die Schaltung auch physikalisch auf und lade dann diese Schaltung auch in die Steuerung rein, um zu testen, ob auch die angeschlossenen Peripheriegeräte funktionieren. Das heißt, je nachdem, wie diese Peripherie, die hier angeschlossen ist, das Signal an den Eingang I1 gibt, kann es schon mal vorkommen, dass diese Schaltung so nicht funktioniert. Und es müssen dann hier entweder an der Peripherie Änderungen vorgenommen werden oder halt eben an der Schaltung muss etwas geändert werden. Also deshalb will ich immer zweiglasig fahren. Aber diese Simulation hier ist schon mal grundsätzlich eine ganz, ganz wichtige Funktion, um die Software testen zu können. Hier an dieser Stelle lassen sich noch Simulationsparameter einstellen, hier für den Eingang I1. Diese Parameter lassen sich allerdings auch durch Doppelklick auf den Eingang I1 hier einstellen, beziehungsweise für alle weiteren Blöcke, die hier aufgebaut sind. Um mit der Logosteuerung kommunizieren zu können, lassen sich hier auch Modemverbindungen herstellen. Ich gehe mal hier drauf und hier kann dann im Prinzip ein Modem entsprechend konfiguriert werden. Hier lassen sich dann zum Beispiel die AT-Befehle einstellen und so weiter. Das wird eigentlich relativ selten verwendet. Das kann man eigentlich brauchen, wenn man die Anlage autark laufen lässt oder sehr sicher betreiben möchte oder diese Geräte, beziehungsweise die Anlagen, sehr weit entfernt sind und tatsächlich nur an einer reinen Telefonleitung erreichbar sein sollten. Da es relativ selten verwendet wird, gehe ich jetzt hier auf Abbrechen und gehe auf den nächsten Eintrag. Das sind dann Ethernet-Verbindungen, die sind dann auch unter Datei und Eigenschaften zu finden. Ein ganz wichtiger Punkt sind hier noch die Parameter VM-Zuordnungen. Das ist eine Schnittstelle für den Datenaustausch zu weiteren Geräten, wie zum Beispiel einem HMI-Display. Jetzt kann ich zum Beispiel einen Block nehmen, den Block 001 und der Parameter Aktualwert, also der Wert, der gerade heruntergezählt wird, soll ausgelesen werden und an die Adresse zum Beispiel 1 weitergegeben werden. Jetzt ist es möglich, dass ein HMI-Display über die IP-Adresse der Logosteuerung diese Adresse hier abruft und dann den aktuellen Wert auf dem Display anzeigen kann. Darüber hinaus gibt es unter Extras noch die Optionen und hier lassen sich allgemeine Software-Einstellungen durchführen. Zum Beispiel unter Allgemein steht jetzt als Standard-Editor der Funktionsplan-Editor. Das bedeutet, wenn man hier eine neue Schaltung erstellt, zum Beispiel mit diesem Icon, dann würde der Funktionsplan-Editor ausgewählt werden. Möchte man lieber im Kontaktplan-Editor programmieren, dann kann man das an dieser Stelle hier umstellen. Hier kann die Sprache eingestellt werden, dann unter Voreinstellungen gibt es die Möglichkeit anzuzeigen, wie Inhalte angezeigt werden sollen, wie Zeichnungen dargestellt werden sollen, der Arbeitsbereich und halt eben auch die Standard-Anlaufart kann hier verändert werden. Hier kann der Druck voreingestellt werden, was ausgedruckt werden soll. Diese Seite wird auch kurz vorm Druck nochmal angezeigt und da können dann entsprechend die Parameter hier nochmal eingestellt werden. Hier kann eingestellt werden, wie Verbindungen aufgetrennt werden sollen und hier gibt es Angaben zur Simulation, zum Simulationstart, zur Anzeige und so weiter. Hier können die Farben der Blöcke und der Oberflächen verändert werden und an dieser Stelle lassen sich UDF-Bibliotheken hinzufügen. Das sind solche selbst erstellten Blöcke, von denen ich ganz am Anfang gesprochen hatte. Unter CSV-Trennzeichen kann eingestellt werden, ob Logdaten, Komma separiert oder Semikolon separiert aufgezeichnet werden sollen. Über den Diagrammmodus oder über die Funktion Datei und Öffnen können mehrere Schaltprogramme gleichzeitig in dieser Logo SoftComfort Software gestartet werden. Angezeigt wird immer nur eine Schaltung, man kann sich über diese Kartei-Reiter auswählen und wenn man jetzt die Schaltpläne mal nebeneinander sehen möchte, geht das über die Funktion Fenster und hier über diese Aufteilung. Das ist die Einzelansicht, nur eine Schaltung wird angezeigt, hier werden zwei oder bis zu drei Fenster angezeigt. Diese Funktionen befinden sich auch hier auf der Symbolleiste, das sind dann diese hier. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Zweiteilung auswähle, da kann ich jetzt die Schaltung bei gedrückter Maustaste hier rüberziehen und sobald ich loslasse, wird diese Schaltung hier angezeigt. Der Vorteil ist, ich kann jetzt zwei Schaltungen miteinander ganz leicht vergleichen oder kann aus einer bestehenden Schaltung bestimmte Bereiche herauskopieren, indem ich sie markiere, dann mit STRG-C, also kopiere und dann zum Beispiel hier in dieser einen Schaltung wieder ablegen mit STRG-V und einkopiere. So lassen sich dann ganze Passagen aus anderen Programmen herauskopieren, ohne sie komplett neu programmieren zu müssen. Ein ganz wichtiger Punkt in der Hauptmenüleiste ist der Punkt Hilfe. Hiervon sollte man auch regen Gebrauch machen, gerade wenn man die Software erlernen möchte und auch die Art der Programmierung, weil hier wirklich vorbildlich das gesamte Programm, also die Programm-Oberfläche erklärt wird und auch wie die Blöcke hier funktionieren. Man kann das Ganze einfach von A bis Z hier durchgehen, dann das Ganze wie am Buch durchlesen oder halt eben nach Kategorien geordnet hier anzeigen lassen oder wenn man entsprechend schon soweit ist, kann man auch gezielt nach bestimmten Dingen suchen. Also es ist wirklich wärmstens zu empfehlen, gerade wenn man das Ganze hier lernen möchte. Die Direkthilfe, das ist hier der Pfeil mit dem Fragezeichen drin, das findet man auch hier in der Symbolleiste wieder. Das ist auch eine sehr gute Funktion. Wenn ich hier zum Beispiel nicht weiß, was dieses Icon hier bewirkt, kann ich einfach hier draufklicken und dann wird mir sofort entsprechend die Hilfe zu dieser Funktion angezeigt. Das funktioniert allerdings nicht bei den Blöcken. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die Ausstattverzögerung klicke, dann wird mir die ganz allgemeine Hilfe angezeigt. Das funktioniert etwas anders. Ich muss mit der Maus einige Zeit über diesem Block verharren. Dann wird das etwas größer dargestellt und hier rechts, das ist wieder weg, hier rechts wird so ein Fragezeichen angezeigt und darüber erhalte ich dann die Hilfe zu diesem Block. Und die ist wirklich ganz hervorragend aufgearbeitet. Also hier habe ich eine Kurzbeschreibung zu dem Block, bekomme hier alle Parameter angezeigt, inklusive einem Timing-Diagramm und hier einer ganz genauen Funktionsbeschreibung. Also um das Ganze oder diese Programmierung zu erlernen, ist es wirklich wärmstens zu empfehlen, hier von dieser Hilfe Gebrauch zu machen. So, jetzt bin ich durch fast alle Funktionen durch. Das Einzige, was noch fehlt, ist hier oben diese Symbolleiste. Viele Funktionen habe ich schon erklärt. Das ist hier das Selektionswerkzeug, um halt eben die Blöcke und auch Text auswählen zu können. Mit dieser Funktion werden die Verbindungslinien hier zwischen den Blöcken gezeichnet. Das geht aber auch mit dem Selektionswerkzeug. Heißt, wenn man jetzt hier den Block anfasst, lassen sich auch hier entsprechend dann die Verbindungen herstellen. Hierüber lassen sich Verbindungen auftrennen oder halt eben auch wieder zusammenfügen und mit diesem Werkzeug kann ja den Text geschrieben werden. Mit den jetzt folgenden Funktionen können die Blöcke entsprechend horizontal und vertikal usw. ausgerichtet werden, in den Vordergrund und Hintergrund gestellt werden und mit diesen beiden Symbolen lassen sich Tätigkeiten rückgängig machen oder entsprechend wiederherstellen. Hierüber können die Blöcke, die man hier sieht, in Kategorien hier unten dargestellt werden. Das nutze ich allerdings sehr selten oder manchmal auch gar nicht. Das war, um die Seite hier aufteilen zu können, dass man eben nicht nur eine Schaltung sieht, sondern mehrere gleichzeitig. Hier kann die Schaltung vergrößert und entsprechend verkleinert werden. Mit dieser Funktion konnte man Verbindungslinien entsprechend markieren, um sie besser verfolgen zu können. Und eine ganz wichtige Funktion, die bis jetzt noch nirgendwo aufgetaucht ist, das ist die Seitenaufteilung. Momentan so, das ist eine relativ kleine Schaltung, die auf eine DIN A4 Seite passt. Und wenn man jetzt größere Schaltungen erstellen möchte, braucht man natürlich entsprechend mehr Platz. Und das könnte man jetzt hier einstellen, indem man sagt, ich möchte drei Seiten in die X-Richtung und vier Seiten in die Y-Richtung. Das ergibt dann insgesamt zwölf Seiten. Und hier lassen sich dann entsprechend komplexe Schaltungen aufbauen. Also hier passen, wenn man ein bisschen Platz spart, locker 400 Programmlöcke aufbauen. Mit diesem Symbol kann diese Schaltung hier konvertiert werden. Und zwar haben wir momentan einen Funktionsplan. Wenn man jetzt einen Kollegen zum Beispiel fragen möchte, wie das hier oder ob das hier richtig funktioniert, er sich allerdings hauptsächlich mit dem Kontaktplan auskennt, dann kann man das jetzt einfach hier in den Kontaktplan rüber konvertieren. Wie man sieht, sind natürlich die Beschriftungen hier weg. Die sieht man hier eben nicht mehr. Und wenn man das Ganze jetzt wieder umwandelt, also vom Kontaktplan zurück in den Funktionsplan, dann sieht man, dass einmal die Formatierung verloren gegangen ist und natürlich auch entsprechend hier diese ganzen Texte. Also man sollte jetzt aufpassen, dass man diese Sachen hier nicht speichert. Sonst überschreibt man sich unter Umständen seine eigene Schaltung und verliert wichtige Informationen. Die Simulation lässt sich hierbei ausführen. Eine weitere interessante Funktion ist der Online-Test. Das heißt, wenn man jetzt diese Schaltung auf eine Logo-Steuerung überspielt, dann könnte man über diesen Online-Test sehen, ob jemand jetzt gerade live in dem Augenblick auf diesen Taster drückt oder ob diese Ausschaltverzögerung gerade herunter zählt. Die drei Blöcke, da muss ich eben noch einen weiteren Block hinzufügen. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal hier eine Einschaltverzögerung. Die Parameter, die können in Abhängigkeit gebracht werden. Ich werde jetzt mal eben hier die beiden Parameter miteinander verbinden. Das ist jetzt momentan nicht besonders sinnvoll, allerdings um das zeigen zu können. Jetzt wäre es ja zum Beispiel möglich, dass wenn dieser Block hier auf fünf Sekunden heruntergezählt hat, dass dann hier entsprechend eine Funktion ausgeführt werden soll. Und das wird halt eben dann, dass die beiden Blöcke miteinander kommunizieren, hier über diese Linie angezeigt. Auch diese Parameter sind momentan aufgeklappt. Wenn das jetzt zum Beispiel bei größeren Schaltungen stören sollte und die Lesbarkeit nicht mehr da ist, dann kann man jetzt diese Block hier einfach einklappen oder auch wieder aufklappen. Das ist also beides möglich. Wenn man jetzt das Ganze eingeklappt hat und auch diese gestrichelte Linie, die man hier erkennen kann, stören sollte, dann kann man auch diese hier mit diesem Symbol hier ausschalten. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie in meinen Videos LogoSoft Comfort, die Benutzeroberfläche, einmal mit dem Titel Offline-Einstellungen und einmal mit dem Titel Online-Einstellungen. Hier zeige ich, welche Offline- und Online-Einstellungen unter Datei und Eigenschaften gemacht werden können. Diese Videos sollten Sie ebenfalls anschauen, da sie für die Konfiguration der Hard- und Software sehr wichtig sind. Noch mehr Informationen erhalten Sie im Hauptmenü unter Hilfe und natürlich aus den Handbüchern. Das war es auch schon wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Programmieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.